so was haben wir denn heimat bots rettet die welt lackierung sieht schön aus für ein rettet die welt lackierung sieht nicht schlecht aus auf dem boot sieht das richtig neis aus so was haben wir denn finsterbomber ach der ist drin rote hitteren oh neonlicht paket Motorrüpel, Biker Rucksack, Standrad, Des Dämonia, Waffeneffekte auslitten, ah, da sieht man das. Schlachtenstäbchen, Seewulf, Pümpel, Hacke, Kontrast, Ja, bei den Lagierern muss ich sagen, das ist immer so eine Sache, da kannst du eigentlich nicht wirklich was machen, nur eine andere Richtung spitz oder waagerecht oder senkrecht laufen lassen, sonst ist es immer schwarz-weiß, schade eigentlich, Tanztherapie. Da ist nur was davon watschen. Level Up Paket noch drin, Marvel Zeug, Most Wanted, solange geht das hier auch nicht mehr, auch nur noch sechs Tage, da sind noch ein paar Skins, die eigentlich reinkommen müssten. Ähm, ja, hab gesehen, eben irgendwo, oder so, oder gestern war das, eine Sektion der Lackierungen ist wieder mal verschwunden, irgendein Fehler passiert. Kann sein, dass die in Zukunft dann irgendwann wiederkommen, oder auch erstmal nicht. Also irgendwie komisch, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was da immer passiert. Ja, diese Sektion ist jetzt gerade drin. Hm, naja, was soll's. Kommt das beim nächsten Mal zurück. Und dann kommt das Wasser drauf, dann kommt das weitere Schottes. Und dann människor замken wir schon Vikings. Dann noch muss man zum anderen Geaa. Vielen Dank.